So, hallo, hier sind wir wieder, nach dem vierten Spieltag, haben wir heute mal den zweiten Verlierer in Folge, bei dem Worten Max Schreif, von unserem Freund. So, Morgi, ich hab noch mal was vorbereitet, dass wir jetzt mal die Hose runter haben. Ich hab vorher leider nicht ausgemacht, wie viele, so ein Scheiße, Jungs. Ich sehe doch alles, wie klein es ist, vor dem Video, hier. Alles wird gut. So. Nummer 8. So Freunde, die ersten zwei Streifen gehen erst mal vorne aufs Verdeck. Ich weiß nicht wohin. Ah, du Drecksau. Wer macht denn hier? Alter, meine Tippe. Alter, kommst du halt da rein, da haben wir noch einen zweiten drauf. Ah, das tut jetzt nicht. Du Assi. So, du Assi. Das ist ein Reifen natürlich. Alter, so ein Haar. Aber, brennt mit den Kameras. Erzähl mir nicht an den Scheiße. Drei, zwei, oh, langsam bricht man nicht. Wenn man den Streifen kommt. Oh, das war nicht genug. Oh, das war gleich noch bei der Kasse. Oh, Mann, Mann. Oh, das ist ein Pindlich, Junge. So. Gutes Abend. Drei. Du Lassier mehr! Du Lassier! Haar, du Lassier Haar, dulann die Wünordffliste. Du Lassier. Du Lassier. Ja, du Lassier. Du Lassier. Jetzt muss der Wegmeiser dran klauen, das ist eine Ausführung, nehmt er nicht, halt, halt, erst mal kommt er. Oh du, I see. So, wenn ihr so bekloppt in der Bahn seht, wollt ihr auch mal verstehen. So, 3, 2, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Oh ja, du warst. Du bist. Ah! Komm, 1,5 Meter! Mach das jetzt da! Ja. So, dem Alten muss ich genug. Mami, hoch! Die Hose bis an der Seite. Ja, ja. Alles! Das reibst du mal selber fest. Lass du nicht einseitig laufen. Ey, du bist so scheiße, Junge. Das kriegst du alles zurück, ey. Das kriegst du alles zurück. Noch mehr? Mach mal so, oder? So, komm mal, schau dir nochmal. Nein! Komm, Werder! Hast du doch schon überstanden. Oh, noch eins, du blöde Sauer! Komm, Werder. Guck, die Jünger noch mal an, den ist. Guck, ob die an ist. Ich wiederhol das nicht noch mal. Guck, ob das Ding an mir ist. Glaub! Chacere. Chacere. Jungen, de Glaub! Auf den Drennen. Nöw wiezer. Aller super! Komm Jungen! Komm Jungen! Aller super! Aller super! Aller super! Mann, was ist das? Nomi, was ist das? Guck doch mal her! Guck dir das mal an hier, Junge! Du bist bedroht, oder was? Zeig mal deinen Ärmchen, ne? Oh, ey! Soll ich das erklären? Nomi, freust du dich schon auf morgen? Oh, guck jetzt, ey! Zieh dir das mal rein hier, du blödes Vieh! Oh, was ist denn da?